Die Zeit verging und plötzlich warst du einmal. Du musstest dich der Welt stellen, das hast du getan. Aber irgendwo unterwegs hast du dich verändert. Du hast aufgehört, du selbst zu sein. Du lässt es zu, dass man mit dem Finger auf dich zeigt und dir sagt, dass du zu nichts taugst. Und wenn es hart auf hart kommt, würdest du die Schuld dafür anderen geben. Einen großen Schatten. Ich will dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Du bist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Es wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Ich werde dich immer lieben, egal. Egal, was du schüttest. Du bist mein Sohn und du bist mein Brot. Du bist das Beste in meinem Leben. Aber wenn du nicht anfängst, an dich zu glauben, dann hast du kein Leben. Du bist das Beste inceksin. Wer ist das Beste in meinem Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020